Verbindung Start Guten Tag, ich führe jetzt einen Selbsttest durch. Mein System ist betriebsbereit. Omnibot? Ja. Wie geht es dir? Heute ist ein schöner Tag, mir geht es gut. Und hast du mir jetzt Zeit für... Omnibot? Ja. Wo wohnst du? Ich lebe in Falkenberg. Omnibot? Omnibot? Ja. Wie spät ist es? Das sagte ich dir doch heute schon einmal. Es ist 11 Uhr 55. Omnibot? Ja. Wie heißt du? Ich heiße Omni. Wie ist dein Name? Omnibot? Ja. Rechenaufgabe. Ich mag rechnen. Berechne 3. 3. Plus 2. Plus 2. Ist gleich. Gib mir etwas Zeit zum Nachdenken. 3 plus 2 ergibt 5. Richtig. Danke. Rechenaufgabe beenden. Schade. Omnibot? Ja. Bist du müde? Es ist doch erst das Jahr 2016, da bin ich doch noch nicht müde. Omni, komm her. Ich komme doch. Welches Datum ist heute? Wie oft fragst du mich denn noch? Heute ist Sonntag der 18. Dezember 2016. Omnibot? Ja. Welcher Tag ist heute? Heute ist Sonntag. Omnibot? Ja. Bewegt dich. Ich treibe Roboter-Sport. Omnibot. Omnibot? Ja. Guten Abend. Guten Abend. Was machen wir heute noch? Omnibot? Omnibot? Ja. Na. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Gute Nacht. 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 Gute Nacht.